Espresso-Bereiter. Zum Zubereiten eines einzelnen Espresso. Das Design ist klar und ikonisch. Piamo besteht aus lediglich vier Teilen. Tasse, Wasserkammer, Filtereinsatz und Filterverschluss. Einfach Wasser einfüllen. Ein Espresso-Pad hinzufügen, Piamo zusammensetzen und ab in die Mikrowelle. 30 Sekunden, 800 Watt. Zuerst erhitzen die Mikrowellen das Wasser. Dann steigt der Druck und presst das heiße Wasser durch das Espresso-Pad direkt in Deine Tasse. Freie Wahl für Dich. Espresso-Pad oder Losen-Espresso. Ein integrierter Schutz bewahrt das Aroma. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.